Hallo Bernd, hier ist Kai Hawaii von extraweit. Ich höre gerade von deiner Schwester, dass du auch so ein paar Angewohnheiten hast, die vielleicht ein bisschen grenzwertig sind. Also ich habe dafür viel Verständnis, weil ich kenne das ja selber aus eigener Erfahrung, aber ich kann nur sagen, wenn es Zeit ist aufzuhören, ist es Zeit. Und wenn man das einmal so richtig im Kopf hat, dann geht es auch. Jedenfalls war es bei mir so.